Ich habe das Lied, die ist Time in Your Life. Und Sie haben es gehört, es geht einfach darum, dass in unserer schnelllebigen Zeit manchmal einfach der Flaube untergeht, dass die Frage gestellt wird, gibt es Hoffnung in dieser rastlosen Zeit oder in der hoffnungslosen Zeit. Das nächste Lied heißt Call His Name. Und sagt, ich habe keine Angst im Dunkeln, ich habe keine Angst, wenn ich einsam bin, weil ich rufe seinen Namen und er ist da. Für die Leid, die Leid, die Leid, die Leid und die Leid die Leid. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020